So Freunde, und zwar lose ich jetzt hier die Gewinner aus vom letzten Shop-Video. Ihr wisst selber, immer drei Gewinner können 10 Euro Guthabenkarten gewinnen und alles, was ihr dafür tun müsst, ist Hashtag Shop zu kommentieren und einfach mit ein bisschen Glück könnt ihr hier auf jeden Fall gewinnen. Und ihr könnt auch hier in diesem Video nochmal mitmachen und zwar müsst ihr einfach Hashtag Shop kommentieren. So einfach funktioniert das Ganze. Die drei haben hier jetzt gewonnen. Die Gewinner melden sich am besten bei irgendeinem Moderator auf unserem Discord-Server und verknüpft bitte euren YouTube-Kanal, damit wir euch dann überprüfen können. Die ganzen Playstation-Karten oder je nachdem, auf welcher Plattform ihr spielt, werden euch dann zugeschickt. Wie gesagt, Hashtag Shop kommentieren und mitmachen. Jetzt kommen wir zum Shop-Video. Was geht ab, Leute? Euer Fraps ist hier und zwar heute mit einem neuen Shop-Video. Ganz kurz bevor das Shop-Video anfängt. Freunde, gebt gerne meinen Creator-Code ein, ffpz-yt würde mich persönlich mega freuen. Und Leute, ich habe derzeit ein Gewinnspiel am Start als Dank für das tolle Jahr mit euch zusammen. Checkt den Link unten in der Videobeschreibung aus, super easy. Das sind alle Details, die ihr durchführen müsst und die Gewinner werden auf jeden Fall nach Weihnachten ausgelost. Und hey, macht doch einfach mal mit. Vielleicht habt ihr ein bisschen Glück, Leute. Würde mich persönlich mega freuen. Ich hoffe, dass wir auch was Cooles heute in den Shop bekommen. Fortnite hat ja gemeint gehabt, wenn das Event startet, also dieses komische 14-Tage-Event, dann soll angeblich ja jeden Tag etwas Cooles in den Shop kommen. Deswegen sind wir natürlich gespannt und schauen mal rein, was wir erhalten werden. Ich mache hier ganz kurz einen Cut und dann sehen wir uns kurz vor dem Shop. So, Freunde, das Ganze aktualisiert sich jetzt hier mit rund. Oh mein Gott! Puff, 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 puff. Oh shit, Leute. Krass. Oh, was ist denn das? Kacker Preller. Knackereller meine ich, nicht Kacker. Digga, was passiert hier? Wir schauen uns erst die rechte Seite an vorne. Stahlsicht, Adler, Verwüster, fliegender Fisch und Hacktechnik für 800 Vibachs. Die rechte Seite interessiert uns nicht, da wird keiner von euch etwas kaufen. Deswegen, wir schauen uns mal die linke Seite an, Freunde. Auf der linken Seite haben wir eine mega geile Spitzhacke vom Nussknacker. Kräftig schütteln heißt diese. Spitzhackengeräusch ist ganz in Ordnung und ich bin gespannt, ob das sich ingame auch ein bisschen bewegt. Ihr seht, da ist ein halber Lebkuchen drin. Bei ihm fehlt auf jeden Fall ein Stückchen. Wird sich gegönnt. Ihr wisst, Leute, Weihnachtssachen werden nur an Weihnachten da sein, beziehungsweise bis das Weihnachtsevent vorbei ist. Deswegen wird sich das gegönnt. Nussknacker wird sich auch safe gegönnt. Der Nussknacker hat ja hier auch ein Rückenaccessoire bekommen. Das Ding war, Leute, damals als der Nussknacker im Shop war, habe ich ihn mir nicht gekauft gehabt. Habe ich absolut bereut damals. 2000 Vibachs waren einfach halt super viel. Mittlerweile habe ich ja einen Partner, der mir die Playstation-Karten zur Verfügung stellt. Deswegen ist das viel einfacher. Auf jeden Fall wird sich hier jetzt der Oberknacker gegönnt. Feierig brutals. Geiler Charakter auf jeden Fall. Und der hat auch eine Dame mitgebracht. Und zwar, ja. Ja, ne? Also, ich weiß nicht. Vom Aussehen her ist sie jetzt nicht so krass. Aber das Rückenaccessoire ist geil. Stellt euch mal vor, ihr könnt das Rückenaccessoire hier drauf machen. Mann. Ich glaube, ich kaufe mir das. Oh, das tut so weh, Freunde. Also, ich finde die Frau nicht so cool. Ich finde sie wirklich nicht so cool. Aber das Rückenaccessoire ist geil. Ich kann es ja mal miteinander kombinieren, damit ihr es einfach mal ganz kurz sehen könnt. So, legendäre Skins. Da ist der Oberknacker. Zack, packen wir drauf. Ja, Freunde. Guckt mal, das passt perfekt zusammen. Sieht auch echt lecker aus. Ohne Witz gefällt mir. Der Typ schwebt da. Ach, lol. Naja, auf jeden Fall mega cool. Gefällt mir, dass auf jeden Fall der Nussklacker wieder drin ist. Nice. Guter Job auf jeden Fall. Fortnite-Grüße gehen hier auf jeden Fall an der Stelle raus. Nice Sache. Und, Freunde, ihr checkt auf jeden Fall die Videobeschreibung ab. Wer eine super günstige PSN-Karten wollt, die ihr innerhalb von 2-3 Minuten geliefert bekommt. Mit dem Code Traps spart ihr sogar 5%. Jetzt wechseln wir ganz kurz in den Rettet-die-Welt-Modus. Im Rettet-die-Welt-Modus gibt es ab heute auch jeden Tag ein Gratis-Lama. Und Rettet-die-Welt geht ja mittlerweile wieder zum Glück. Es war ja down gestern. Manche konnten rein, manche konnten nicht rein. Ich könnte nicht, leider rein. Aber naja, was wollen wir machen? So, Freunde, wir sind auf jeden Fall hier drin. Okay, zack, zack. Oh, okay. Fortnite Frost Knight Event ist da. Das sehe ich jetzt auch zum ersten Mal. Coole Sache. Aber wir wollen den Item-Shop anschauen. So. Wir haben Upgrade-Lama, Winter-Lama, legendäres Trollschatz-Lama ist am Start. Das Geschenk-Lama, die zwei Stück, zum Season-Ausverkauf. Und das Winter-Lama bekommen wir drei Stück sogar kostenlos. Nice, Epic Games. Danke für die Geschenke hier. Mega coole Sache. Wird sich hier safe gegönnt, würde ich sagen. Und ja, hier an der Stelle gibt es aber nicht mehr zu sagen, Freunde. Das soll es mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir mal eure Meinung zum Shop unten in die Kommentare. Und bewertet den Oberknacker und dessen Frau in Schulnoten unten in den Kommentaren. Würde mich persönlich mega interessieren. Und wie gesagt, Freunde, macht gerne bei dem Gewinnspiel mit. Ich wäre dann hier an der Stelle raus. Haut rein. Geht mir wieder.